Untertitelung des ZDF für funk, 2017 An der Anlage selbst ist nicht viel passiert. Ich habe eine kleine Sommerpause eingelegt, auch beim Bauen. Aber ich habe Rollenmaterial gekauft. Ein Schienenbus und Beiwagen. Einmal den Schienenbus mit der Artikelnummer 3016 von Märklin. Einmal den Beiwagen mit der Artikelnummer 4018. Und den Kranwagen von Märklin mit der Artikelnummer 4611. Das wird heute mit der Bahn angeliefert. Anschließend habe ich den Mann aufgegleist und er läuft. Aber beides muss noch digitalisiert werden. Der Schienenbus samt der Beiwagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Linio. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Applaus Tschüss. 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 скаж sahib opt随. cher pok�. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.